Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Basis Community Video. Wie immer werde ich euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und am Ende eure Fragen beantworten. Wie auch die Frage, wie viele Lichtschwerter ein Jedi eigentlich haben konnte bzw. durfte. Was News angeht, gibt es endlich mal wieder richtige News zur Cassian Andor Serie. Und was für welche? Es wurde nämlich bestätigt, dass Genevieve O'Reilly für die Cassian Andor Serie als Mon Mothma zurückkehren wird. Damit scheint diese Serie wirklich auf einem sehr sehr guten Weg zu sein. Weitere Informationen zum Drehbeginn oder vielleicht sogar Release der Serie haben wir aber noch nicht. Dafür aber auch noch die News, dass die Vorproduktion der 3. Staffel von The Mandalorian bereits begonnen hat. Das heißt, dass die Serie uns hoffentlich wirklich noch für ein paar Jahre erhalten bleibt. Weitere handfeste News sind, dass die erste Staffel Resistance am 4. Mai bei uns in Deutschland auf Disney Plus veröffentlicht wird. Die zweite Staffel dann schon am 15. Mai. Das könnte bedeuten, dass hier die kompletten Staffeln auf einmal veröffentlicht werden. Es gibt aber wie immer auch noch Gerüchte zu verschiedenen anderen Serien. So sollen die Titel der 8 neuen Kapitel der zweiten Staffel von The Mandalorian bekannt sein. Die Namen sollen lauten The Surge, The Confrontation, The Bounty, The Republic, The Loyalist, The Sorcerer, The Return und The Empire. Und da sind Namen dabei, die für mich schon wirklich interessant sind. The Sorcerer zum Beispiel, also zu deutsch der Zauberer. Auf was könnte das jetzt wohl hindeuten? Vielleicht Luke, Ahsoka oder irgendein anderer Machtnutzer? Und dass wir hier auch mehr über Republik und Imperium zu dieser Zeit erfahren, hört sich auch super an, falls diese Gerüchte denn überhaupt wahr sind. Dann gab es auch noch das Gerücht, dass Leslie Hadland eine Star Wars Serie entwickeln soll, die sich auf einen starken weiblichen Protagonisten konzentriert und zu einer Zeit spielt, die wir bisher noch nicht kennen. Dabei soll das Ganze eine Action-Thriller-TV-Serie werden, mit vielen Martial-Arts Elementen. Das hört sich für mich erstmal nicht so schlecht an. Mit Mandalorian, Obi-Wan und Cassian Ender haben wir ja schon 3 Serien mit männlichen Protagonisten, da wird es Zeit, dass wir dann auch mal eine weibliche Protagonistin bekommen. Die Beschreibung könnte für mich auf Ahsoka zu treffen. Das würde dann nur nicht dazu passen, dass es zu einer Zeit spielt, die wir noch nicht kennen. Deswegen würde ich als nächstes vielleicht etwas zu High Republic vermuten oder vielleicht eine Serie, die nach Episode 9 spielt. Apropos High Republic, hier wissen wir jetzt, dass die Markenzeichen zu The High Republic nicht nur Bücher und Comics umfassen, sondern auch Optionen für weiteres Material wie Apps, Merchandise, Büroartikel, aber auch Videospiele. Also könnte hier vielleicht doch mehr als nur ein reines Literaturprojekt entwickelt werden. Dann haben wir erfahren, dass am 21. Juli dieses Jahres ein reines Hörbuch zu Dr. Dr. Afra erscheinen wird. Ähnlich wie Dooku Jedi Lost letztes Jahr. Dann gibt es aber auch noch die News, dass am 1. Mai ein neues Lego UCS MOG erscheinen wird und zwar ein Arwing der Rebellen. Das waren aber auch schon die News der letzten Woche. Und kommen wir damit erst einmal zu den Videos, die in der letzten Woche auf meinen 3 Kanälen erschienen sind. Da die YouTube Abo Benachrichtigungen nicht die besten sind, stelle ich euch die jetzt hier auch immer im Community Video vor. Am Montag gab es natürlich ein Community Video, in dem ich unter anderem auf die Frage eingegangen bin, warum die Schlacht von Yavin als Zeitrechnung genutzt wurde. Letzten Mittwoch gab es dann ein Video über alle Sternenzerstörer des Imperiums. Am Freitag ein Video darüber, warum Sith eigentlich keine Blaster und nur Lichtschwerte nutzen. Und am Sonntag ein Video mit einem Vergleich über das beste Bodenfahrzeug verschiedener Star Wars Fraktionen. Auf meinem Gaming Kanal gab es am Montag ein Video über die Raumkräfte des Imperiums im Awakening of the Rebellion Mod. Mittwoch ging unser Thrones Revenge Letzplay weiter, indem wir uns den Supersternenzerstörer der Neuen Republik vorgenommen haben und am Freitag standen wir dann im selben Letzplay vor den Torrund Coruscants. Und natürlich gab es am Samstag auch noch ein Video auf Sci-Fi Basis. Da haben wir uns den Venator aus Star Wars, die Sovereign Klasse aus Star Trek, die Galactica aus Battlestar Galactica und die Marathon Klasse aus Halo genommen und haben diese miteinander verglichen und in ein Ranking gesetzt. Die Links zu jedem einzelnen dieser Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Captain Kinky hat diesen coolen Darth Maul gezeichnet und von Eric stammt dieser Commander Cody. Setare hat einen sehr süßen Ewok gezeichnet und von Wolfsrudel kommt dieser Mandalorianer. Auch von Niklas stammt ein Mandalorianer und von Nick dieses Bild genannt Be With Me und noch dieser Todesstern. Rex 11 hat eine eigene Commander Fox sowie eine 501. bzw. 332. Klon Minifigur erstellt und von Jan stammt dieses Mock eines Treffens der Mandalorianer. Lego Mox 1 hat dieses Mock der Twilight gebaut und von Milme stammt dieses Bild genannt Lego Überfall. Von Icekralle 09 kommen diese beiden unbetitelten Bilder und Robin hat dieses Mock genannt Klone im Kampf gegen Darth Maul erstellt. In Minecraft hat Burak ein Jedi Tempel gebaut und von Matthias stammt dieses Bild genannt Obi-Wan mit Rex und den Jungs. Cardboardcraft hat aus Papa einen E5S Blaster, einen Sternenzerstörer und eine Sturmtruppenrüstung gebaut und von Hello There stammt dieser noch nicht fertige B1 Kampfdroide ebenfalls aus Papa. Vianne hat ein eigenes Lichtwerk gebaut und von Foxy TV stammt diese Fregatte in Minecraft. Und dann haben wir mal wieder einige Lego Kreationen von TheRedFox1337. Von ihm stammt dieser T3B Panzer der Rebellen, dieser XR85, dieser Rebellenangriffspanzer, dieser Imperiale Patrouillenspeeder, sowie dieser A5RX Panzer und dieser AAC1 Speeder. Das waren auch schon all eure Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite sv-basis.e hochgeladen habt. Wenn ihr euch die Kreationen nochmal genauer anschauen oder auch eure eigenen Kreationen hochladen wollt, könnt ihr das dort im Community Type tun. Damit kommen wir jetzt zur Beantwortung eurer Fragen. Und ihr wisst ja, die Hälfte der Fragen stammt von Mitgliedern, wenn diese genug Fragen gestellt haben. Rainer Braun schreibt, als Mars Amedda Senator Organa in Episode 3 zu einer Notfallsitzung des Senats eingeladen hat, warum hat er dann nicht auf Obi-Wan und Yoda reagiert? Als nahestehender Palpatines hätte er doch von der Order 66 wissen müssen. Ja, du gehst dir auf eine Szene ein, in der Mars Amedda als Hologramm bei Bail Organa im Raumschiff erscheint und eben Yoda und Obi-Wan hinter Bail stehen. Wir sehen allerdings da nicht die Perspektive von Mars Amedda. Es kann sein, dass Bail hier einfach nur eine Audio-Übertragung in die andere Richtung aktiviert hat und Mars Amedda da Obi-Wan und Yoda überhaupt gar nicht sehen kann. Es kann aber gleichzeitig auch einfach sein, dass da bei so Hologramm-Projektoren ausgewählt werden konnte, wer überhaupt auf der Gegenseite erscheint. Sodass bei Mars Amedda dann eben nur Bail als Hologramm da saß und Obi-Wan und Yoda gar nicht mit von dem Hologramm-Projektor erfasst wurden. Das wäre so meine Erklärung dafür, ansonsten könnte ich dir auch nicht sagen, warum er auf Yoda und Obi-Wan nicht reagiert hat. FoxyTV schreibt, warum benutzen die Rebellen nicht die alten Venator-Kreuzer der Republik? Dann hätten sie Trägerschiffe und Schlachtkreuzer in einem. PS coole Videos. Danke dir. Ich denke hier ist die große Antwort darauf, dass die Rebellen keine Chance mehr hatten, an Venator-Kreuzer zu kommen. Wir sehen ja zum Beispiel in Jedi Fallen Order, dass das Imperium massenweise Venator-Sternenzerstörer verschrottet. Und das werden die relativ schnell und relativ gut gemacht haben. Ja, das Imperium ist groß und das kann auch an viele Ressourcen kommen. Aber ich denke mal, dass vieles, was in den Venator-Sternenzerstörern war, daraus genommen wurde und in den Bau von neuen Sternenzerstörern und generell neuen Schiffen des Imperiums genutzt wurde. Vielleicht sogar zum Bau des Todessterns. Und deswegen wird es relativ schnell nicht mehr so viele Venator-Sternenzerstörer gegeben haben. Geschweige denn Venator-Sternenzerstörer, die noch gut in Schuss gewesen wären und an die die Rebellen dann hätten kommen können. Ich glaube, wenn die Rebellen die Chance gehabt hätten, hätten die definitiv einige von den Venator-Sternenzerstörern genutzt. Wir wissen ja auch, dass sie zum Beispiel einen Providence-Schlachtkreuzer der Separatisten umgebaut haben und dann genutzt haben. Und deswegen glaube ich einfach, dass zu der Zeit keine wirklichen guten Venator-Sternenzerstörer mehr übrig waren. Arian Freier schreibt, In der aktuellen Clone Wars Folge kämpft Ahsoka gegen Darth Maul und er deutet ja an, dass sie zusammen mit Darth Sidious besiegen können. Meine Frage lautet, wieso hat Darth Maul den Jedi nie gesagt, wer Darth Sidious in Wahrheit ist? Na gut, wir wissen ja, dass Darth Maul definitiv auch kein Freund der Jedi war. Darth Maul hätte niemals gewollt, dass die Jedi Darth Sidious so leicht besiegen können. Ja, er bietet Ahsoka da an, sich ihm anzuschließen und zusammen Darth Sidious zu besiegen. Aber dann wäre immer noch sein Plan, Darth Sidious zu besiegen und danach die Jedi zu besiegen. Und Maul weiß ja ganz genau, dass Darth Sidious alleine durchaus mächtiger ist als er selbst. Er weiß aber auch, dass Darth Sidious der einzige wirkliche Sith in der Galaxis ist, der sich den Jedi in den Weg stellen kann. Er ist der einzige, der genug Macht hat, um den kompletten Jedi-Orden aus den Fugen zu heben und zu vernichten. Und wenn jetzt Darth Maul die Informationen weitergeben würde, dass Palpatine Darth Sidious ist, würden die Jedi zu Darth Sidious gehen, zu Palpatine gehen, ihn entachten oder ihn besiegen. Auf jeden Fall wäre Sidious dann aus der Rechnung raus und damit stünde der komplette Jedi-Orden gegen Darth Maul mit seinem Schattensinnikat. Und da hätte Darth Maul nicht wirklich gute Chancen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum er den Jedi nie die Wahrheit über Darth Sidious erzählt hat. Ahsoka Tano schreibt, Hi, hab noch eine Frage. Glaubst du, dass Star Wars Episode 9 wirklich der letzte Star Wars Film war oder kommen da noch andere? PS, machst du super Videos? Nein, Episode 9 war nicht der letzte Star Wars Film und ich weiß auch nicht, warum viele Leute das immer wieder sagen und glauben. Wir wissen schon lange, dass Rian Johnson an einer neuen Filmtrilogie arbeitet, also der Regisseur von Episode 8. für eine Zeit lang sollten ja Benioff und Weiss die Showrunner von Game of Thrones eine ganze Filmreihe machen, wobei wir nicht wissen, ob Filmreihe zwei Filme oder am Ende doch zehn Filme sind. Benioff und Weiss haben dann ein Angebot von Netflix bekommen und sind aus dem Deal mit Disney und Lucasfilm wieder raus, sind also an diesen Star Wars Filmen nicht dran. Das heißt jetzt aber nicht, dass kein anderer mehr an diesen Star Wars Filmen arbeitet. Das heißt, potenziell ist da noch eine Star Wars Filmreihe in Arbeit. und wir wissen das, oder was heißt wissen, es gibt sehr starke Gerüchte, die davon ausgehen, dass Kevin Feige einen Star Wars Film angeboten bekommen hat. Also derjenige, der im Prinzip für das komplette MCU verantwortlich ist. Und damit haben wir mindestens sechs Star Wars Filme, die jetzt schon in Entwicklung sind. und Disney hat nun mal für die Star Wars IP knapp vier Milliarden Dollar gezahlt und das Geld wollen die natürlich auch wieder haben. Das machen die durch Bücher, durch Comics, durch Videospiele, durch Serien mit Disney Plus, aber vor allem eben auch durch Filme. Und die werden noch nicht genug Gewinn gemacht haben, um die vier Milliarden zurückzukriegen und selbst dann werden die nur bei Plus Minus Null sein und die wollen natürlich noch Gewinn daraus ziehen. Deswegen werden natürlich noch weitere Star Wars Filme kommen. Und ich glaube, der Plan ist es, den nächsten 2022 zu veröffentlichen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Hartmann schreibt, Luke wirkt am Anfang von Episode 6 die Gamoriana wachen von Jabba. Warum tut Luke dies als Jedi bzw. warum kann er dies tun? Naja, die Erklärung außerhalb der Filme ist es, dass das gar kein Machtwirken ist, sondern dass es eine Art Jedi Gedankentrick ist und dass die Gamorianer nur glauben, dass sie keine Luft kriegen und dass sie da gewirkt werden. Damit soll halt eben dieser Effekt, dass Machtwirken was Böses ist und nur von den Sith eingesetzt wird, irgendwie abgemildert werden. Allerdings würde ich jetzt argumentieren, dass jemandem nur zu suggerieren, dass er keine Luft kriegt, fast genauso schlimm ist, wie jemanden zu würgen. Was natürlich dann auch eine Fähigkeit der dunklen Seite sein sollte, meiner Meinung nach zumindest. Klar, es ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde, es kommt schon sehr, sehr nahe daran. Und eine hundertprozentige Antwort, warum kann ich dir da, um ehrlich zu sein, nicht geben. Ich denke immer, das Ganze soll Episode 6 ein bisschen spannender machen, weil da ja dann immer noch die Frage ist, schließt sich Luke hinterher Sidious oder eben Vader an oder kann er diesem Zug der dunklen Seite doch widerstehen und bleibt ein Jedi und widersetzt sich Palpatine und Vader. Aber jetzt wirklich ein Grund aus Lukes Charakter heraus, warum er die da wirkt und nicht irgendwie anders mit seinem Gedankentrick davon bringt, ihn irgendwie abzuhalten, kann ich dir leider nicht geben. MarcoLoco13 schreien? Was war das für ein TIE, den Moff Gideon in der 7. Folge von The Mandalorian geflogen ist? Das war der sogenannte TIE Outlander. Denn die Sache bei den TIEs ist ja, dass diese eigentlich nicht auf ihren Flügeln stehen können. Ich weiß, in Rebels gab es einige, die auch einfach auf ihren Flügeln standen, aber normalerweise ist die Begründung, die Flügel sind viel zu fragile, um darauf zu stehen. Deswegen müssen TIEs in Hangars auf großen Raumschiffen und auf Raumstationen irgendwo gehangen werden oder an ihrem Cockpit von einer Stütze gehalten werden. Dieser TIE Outlander wurde allerdings fürs Outer Rim designt, da da nicht so viele Hangars auf Planeten, nicht so viele große Raumschiffe, nicht so viele Raumstationen zur Verfügung standen. Und deswegen wurde eben ein TIE Jäger entwickelt, der dann auch einfach ohne solche Stützen landen konnte. Und das war der TIE Outlander. Ansonsten unterschied der sich aber, soweit wir bisher wissen, nicht großartig von anderen TIE Jägern. Radissengreen schreibt, was hältst du von einer Layer Serie, also ihre Kindheit oder ihre Ausbildung bei Luke? Das ist eine schwierige Frage. Generell fände ich eine Layer Serie ziemlich cool. Allerdings muss ich sagen, dass solche Serien über Charaktere, die wir schon kennen, vor allem über Charaktere, die in früheren Zeiten gelebt haben, also aus den Klonkriegen oder dem galaktischen Bürgerkrieg, da finde ich, da müssen Serien schon irgendwie ein Ziel haben und zu irgendwas führen. Einfach eine Serie zu haben, um mal zu gucken, aha, so war Layas Kindheit, finde ich jetzt nicht so spannend. Ich finde, solche Serien müssen dann für die Zukunft des Star Wars Universums und für zukünftige Geschichten irgendwas beitragen, weil wir ja ansonsten die Zukunft dieses Charakters schon kennen. Wenn wir jetzt eine Serie über Layas Kindheit haben, kann die ja später nicht durch irgendwas anderes weitergeführt werden und die Storyline endet dann ja quasi bei Episode 4. Und deswegen fände ich das nicht so mega spannend. Eine Serie über Layas Ausbildung bei Luke könnte ich allerdings durchaus spannend finden, wenn wir da mehr von Lukes neuem Jedi Orden sehen und von anderen Jedi und vielleicht da Storylines entwickelt werden, die dann auch durch weitere Serien weitergeführt werden könnte. Ansonsten kann ich mir allerdings auch ganz gut eine jüngere Layer z.B. in der Cassian Endor Serie vorstellen. Wie auch immer das umgesetzt werden würde. Aber schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von einer Layer Serie halten würdet. Und damit jetzt, wie versprochen, die Frage von Ich bin der Sohn. Durfte ein Jedi mehr als ein bis zwei Lichtschwerter haben? Mal angenommen, ein Jedi findet 10 Lichtschwertkristalle, durfte er dann 10 Lichtschwerter haben? Und um ehrlich zu sein, habe ich recherchiert und konnte nichts zu diesem Thema finden. Ich konnte nichts zu dem Thema finden und auch was ich so von meiner Lektüre im Kopf habe, von den Büchern und Comics, die ich über mein Leben verteilt gelesen habe, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da mal irgendwann dieses Thema aufgetaucht ist. Deswegen kann ich da nur Schlussfolgerungen aus anderen Fakten ziehen und ich würde fast sagen, dass es nicht verboten war, mehr als ein oder zwei Lichtschwerter zu haben, dass die meisten Jedis aber trotzdem nicht gemacht haben. Denn das Lichtschwert war ja eine Art Heiligtum der Jedi und die Jedi hatten auch eine spezielle Verbindung zu ihren Lichtschwertern. Das heißt, wenn ein Jedi ein Lichtschwert nutzte, hatte er auch nur eins. Und wenn er zwei Lichtschwerter nutzte, hatte er auch nur zwei. Sollte so ein Lichtschwert mal kaputt gehen, gab es dann nicht irgendwo in der Truhe in seinem Raum noch fünf andere Lichtschwerter, die er mal eben nutzen konnte. Dafür müsste derjenige Jedi dann erst wieder einen neuen Lichtschwertkristall finden und ein neues Lichtschwert bauen. Denn auch diese Suche nach einem neuen Lichtschwertkristall und der Bau eines neuen Lichtschwerts war ja eine Art Tradition, ein Ritual. Und auch das war was relativ heiliges für die Jedi. Und ich denke nicht, dass ein Jedi das dann, wenn er ein Lichtschwert hatte, was er die ganze Zeit nutzte und kein zweites nutzen wollte, sondern eins im Prinzip nur in der Hinterhand haben wollte, ist ein Jedi nicht direkt wieder durch dieses Ritual durchlaufen, wenn er es halt nicht unbedingt musste. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass ein Jedi nicht mehr Lichtschwerter hatte, als die, die er eben auch regelmäßig einsetzte. Das heißt, bei einem Jedi, der normalerweise ein Lichtschwert hat, ein Lichtschwert. Bei einem Jedi, der normalerweise zwei Lichtschwerter hat, zwei Lichtschwerter. Und bei so Jedi wie zum Beispiel Pong Krell, die hatten dann halt vier Lichtschwerter. Aber eben nicht mehr als die, die sie eigentlich brauchten. Das wäre so meine Vermutung. Aber wie gesagt, ich habe da in keinen Quellen irgendwas zu gefunden. Falls irgendwer von euch da mehr weiß, irgendeine Quelle dazu angeben kann, wo sowas in der Art schon mal aufgetaucht ist oder wo vielleicht was drinsteht, wo man was ableiten kann, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, haut sie hier unten in die Kommentare. Und vielleicht kommt die nächsten Montag im nächsten Community Video ja vielleicht dran. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. So, danke. Eerns 3 gives euch ein paar Magic-Baseer & Juventus 3 4 4 5 4 6 Bis zum nächsten Mal.